Bei Luftproblemen im Wasserbett empfehlen wir unser Bubblesorb. Das Granulat wird in den Einfüllstutzen gegeben, nachdem Sie das Wasserbett sauber entlüftet haben. Wie Bubblesorb funktioniert, zeigen wir Ihnen in einem einfachen Versuchsaufbau. Zunächst geben wir Mineralwasser in zwei Gläser. Beim Rühren im Glas erkennt man deutlich die aufsteigende Kohlensäure. Diese ist bei beiden Gläsern vorhanden. Sobald eine kleine Menge Bubblesorb in das Mineralwasser gegeben wird, reagiert die Kohlensäure darauf. Einmal noch kurz umrühren und schon wird der Sauerstoff in Bubblesorb gebunden. Wie Sie sehen, entstehen dadurch keine Blasen mehr. Im linken Glas ist jedoch ohne Bubblesorb immer noch reichlich Sauerstoff vorhanden. Genauso wirkt Bubblesorb auch in Ihrem Wasserbett. Unser Bubblesorb erhalten Sie in einer 80 Gramm Rundflasche oder einer 400 Gramm Vierkantflasche. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach dem Bubblesorb von Stricker Chemie. Schöpfchen! Schöpfchen! Schöpfchen!